So, da sind wir wieder, bei unserem Borderlands Display, in die Fresse von Yannick. Ah! Ja? Oh Gott, nein! Also wenn man einen anschlägt, dann macht man... Dann macht man anscheinend ein Battle, was wir jetzt herausgefunden haben. Okay, psch, 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 weiter geht's. Ich dreh gleich mal die Musik runter. Loll! Was? Was hast du... Junge! Alles weg! Oh yeah! Oh yeah! Oh yeah! Die Kammer ist ein Mythos. Sie werden sich den Tod holen. Kann man... Man kann doch mit dem reden. Ich habe zwar keinen Abschluss in Medizin, aber mit einer Kugel im Land ist dir das egal. Ich kann jetzt den Auftrag bei Ihnen abliefern. Ben! Oh, da ist ein Skeks am Tor. Ich habe erstmal angenommen, ne? Nice. Ja, aber warum habe ich die nicht... Warte mal. Weil ich jetzt auch... Weil ich die Lobby erst... Doch, du hast den gleichen Auftrag immer wie ich. Ich bin hier drüben! Was hätten wir? Bitte folge mir! Ich öffne das Skeks an dich! Steht bei dir jetzt nicht auch da? Auf der rechten Seite ist Skeks getötet. Ja. Okay, wo sind sie? Die Kunden! Fliegen die? Ich höre irgendwas flacher. Nein. Oh, ne. Ich war schon paranoid. Kommt. Dann müssen wir hier raus. Ja. Oh, dieser Mungo, ey. Äh! Äh! So ein Fick-Roboter. Wow! Es hat ihn erwischt! Janek! Tot! Janek, hinter dir! Ja! Was? Wow! Nächstes Level, Bitch! Oh yeah, man! Hinter dir! Boah, nicht viel Munition fallen lassen, Junge, Junge, Junge! Sieht aus, als würdest du 9thos schwer auf die Nerven gehen! Okay, denk dann nur deine Munition aufnehmen, ne? Ja, ja. Du hast es geschafft! Ich wusste, du bist der Richtige! Oh! Der arme kleine Roboter braucht unsere Hilfe! Würdest du ihm bitte helfen? Junge, ey. Klapp, Klapp, Rettung! Wurde von bei ihm nachgeschossen, aber der Schaden ist nicht sehr groß. Stelle schnell eine Diagnose und such dann einen Reparatur-Kit in Firestone, dann kannst du ihn vielleicht... Der kleine Roboter ist A-Kramponiert. So hält er nicht mehr lang, Donald. Übertreib doch nicht. Such zu ihm, ob du was findest, womit du ihn reparieren kannst. Spanntheorie! Oh, ich wollte dich grad schon Tobi nennen. Oh, Tobi. Ich bin gar nicht so ein kleines Hund. Der ist nicht. Er ist klein. Er ist größer als deine. Hier oben. Haha. Problem? Yeah! Komm! Ah! 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 Er scheint okay zu sein. Es wird Zeit. Du musst deinen Part übernehmen auf der Reise, die vor dir liegt. Ja. Schlampe. Los, Kate. Okay. Da sind's der Mann! Ich hab' die Wien verloren! Oh! Einfach immer auf die Birne schießen. Yannick! Ah! Ah! Warum greift der mich an? Warum greift der mich an? Ich find's ganz schön geil, dass man hier wegschleift. Hinter dir ist noch andere. BAM! Das sollte reichen! Wir sehen uns gleich! Okay, meins... Wie unterscha... Okay, Pistolenmunition ist schräg und meine ist gerade Achso! Meine ist schräg also Ich hab volle Munition Das ist doch die, oder? Ja Das ist meine Munition und das andere ist Pistolenmunition Hier, warte Komm mal mit hier Und das hier ist die Kotze von denen Da sind auch immer Sachen drin Lord Das war die gleiche... Was? Ja, ich hab schon voll die Munition Junge Junge Cool, wenn man sprintet und springt dann sprintet man gleich weiter Get me out Oh come on, get me down Problem Mit dem schwarzen Board oder zu den Typen? Ich hab 115 Gesundheit Geil Was willst du? Was willst du? Was willst du? Freundliche Begrüßung, ey Reparaturbedürftig Wenn du die Stadt verlässt Wenn du die Stadt verlässt wirst du ein Shield brauchen Ein Shield bietet unsichtbare Barriere um dich Ich halte die medizinischen Geräte am Lauf Ja, kann ich auch nicht Doch, warte mal mit Pfeiltasten vielleicht Ne Das verste ich auch nicht, ey Du musst auf Bild runterdrücken Das ist über den Falltasten Mach ich Ach, Bild runter Oh, was? Warte, ein Shield bietet eine unsichtbare Barriere um dich Um dich und absorbiert Schaden Normalerweise könntest du einfach einen Medi-Automaten kaufen Aber der... Einen am... Ich will das nicht alles lesen, das ist viel zu viel Text, Alter Aber der hat eine Kugel abbekommen Während des Banditenangriffs Zum Glück braucht man nur eine... Einen Energiekoppler Zufälligerweise habe ich einen alten Automaten Den ich für Ersatzteile benutze Er steht gleich vor der Stadt Auf der Straße nach Osten Ich bin zu kacke Um dir das jetzt zu zeigen Deshalb gehst du jetzt lieber aufgehst Ja, das sollte es gewesen sein Komm mal mit Ich hab eben was gesehen Als wir ein bisschen weiter weg sind Okay, kann man hier irgendwo ein Kampfsaustor dann sieht nicht so aus Ich hab gedacht hier sieht er schon besser aus Ich weiß, wir lieg mal Nein Gääd Gääd Gäk Ist hier sonst noch irgendwas kaputt? Wie kann man 115 Leben haben? Ah, da hin. Folgen Sie mir! Steffens. Okay, Mumart. Hi. Problem? Wie sie sich in der Abstimmung will. Junge, voll die Adventure-Müppi. Oh, 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 oh. Meins? Okay, für mich ist alles voll. Junge, ist alles für dich, er ist das. Was, eins davon ist doch noch für dich. Ja, eins. Aber... Los, kommen Sie mit mir an, ich komm. Wie viel Leben hast du eigentlich? 9,19, aber ich hab auch nicht voll. Warum hab ich 115? Ja, weil du kannst wahrscheinlich auch Leben skillen und sowas. Und deine hat schon die ganze Zeit mehr. Halte Tab gedrückt, um deine Karte zu öffnen. Auf ihr siehst du verschiedene interessante Orte, so wie deine Wic-Punkte. Die Vercut findest du auch an deinem ACHO-Gerät, in dem du Tab drückst. Ja, man kann auch einfach M drücken. Ja? Yo. Warum kompliziert, äh, warum einfach wenn so kompliziert geht? LOL! Hinter dir! Wo? Wo? Junge, ey. Das ist doch noch... Oh! Junge, ey. Alter, hier sind noch zwei. Durchdrehen, ey. Junge, wie viel Muni du kriegst. Hast du das Ding schon genommen? Ja, hast du. Ja, hab ich. Okay, dann komm mal wieder mit. Also ich hab da einen jetzt gegen, ne? Ja, Yannick guckt das nicht so oft. Dazu kommt das meistens bei Yannick nicht. Was willst du? Los, reparier! Reparier! Yannick, du musst das reparieren! Problem, das hier? Okay, okay. Ich hab schon gemacht, weil du schläfst. Cool! Kaufe! Was kaufst du dir? Ja, der Schild, ne? Das muss man sich nur einmal kaufen. Ja, du kannst dir auch. Also, die Läden upgraden automatisch, genauso wie die Waffenläden. Halt, die kriegen nach einer Zeit neue Waffen halt, die leveln sozusagen mit dir mit. Da kannst du dann halt neue Sachen kaufen oder du findest die in Dungeons. Okay. Okay. Aber ich hab noch kein Dungeon-Geräusch gehört, also kam kein Dungeon in der Nähe. Ich hab zwar kein Abschluss in Medizin, aber mit der Kugel im Leib ist dir das in Ordnung. Nein, Toas. Blicktrüben. Banditen getötet, okay. Ja, Yannick will ich wieder vor. Was? Okay. Nein, Toas hat ein paar Männer in einem kleinen Ausposten in der Nähe der Stadt, wo sie... postiert. Die Leute trauen dir noch nicht. Um die Kammer zu finden, brauchst du die Hilfe der Leute hier. Es nützt dir, wenn du Dr. Z bei seinem Problem mit Nine Toas hilfst. Ja, wir sind auf jeden Fall Banditen. Die, die, die beobachten uns irgendwie. Die, die, die beobachten uns irgendwie. Deshalb müssen wir jetzt ficken. Die werden wir jetzt in den Arsch ficken. Ja, in dieser Nine Toas, das ist so ein, so ein Verbrechertyp. Übrigens, Leute, das ist jetzt noch... Ach ja, erzähl du das mal. Ja, das ist halt so ein Verbrechertyp. Der ziemlich bösartig ist. Und... Um die Leute zu töten, müssen wir hier hinten landen. Folge mir, Yannick. Ja, und halt, der weiß, dass wir jetzt neu in der Stadt sind. Halt, wir sind sowas wie Schatzsucher. Also, das hat man jetzt nicht gesehen. Das ist nur ein Single-Player. Ist halt dieses, äh, Video. Da werden auch die Klassen vorgestellt. Oh! Und, ähm, halt, es soll hier so einen legendären Schatz geben. Und, äh, den suchen halt immer viele Leute. Das heißt ich, äh, das heißt Pandora, heißt das glaube ich. Ja, und dann, wir sind auch wieder welche von denen. Und der versucht uns jetzt schon halt zu töten, weil wir halt schon ein paar von seinen Banditen-Freunden ermordet haben. So läuft das nun mal. Und dann versuchen wir doch gleich mal hier so einen dicken Multi-Killer. Krüttel. Erwischt! Bitch, please. Level up. Hat der mich jetzt mal Hintensohn genannt? Ich glaub's. Nächstes Level. Boah. Und was ist der Drop? Warte, hier nickt das. Oh. Oh, war das grad an Deckung. Oh! Oh! Oh, das hat weh getan! Ich muss mal... Ne, doch nicht. Das hat sich der Drop. Junge, wie viel... Junge, wie viel... Junge, wie viel die fallen lassen, ne? Oh, das hat er da. Oh, das hat der Jannic. Ah, der Jannic, da ist noch... Wuh! Timo! Timo! Help Timo! Wappen. Oh mein Gott. Also, ich kenn das eigentlich früher. Kannte ich das eigentlich schwerer, das Spiel. Wir spielen übrigens auch normal. Nicht, dass ihr denkt, hier ist wieder so eine dicke Box mit Waffen. Hast du gehört, was ich gesagt habe? Ich muss mal ganz Munition hier einsammeln. Ja, kannst du auch. Warte, hier ist nur ein SMG. Also, das ist dann wohl meins. Was? Ich hab mir zu verarschen. Ja, was kann ich denn dafür, wenn der... Was denn? Jeep Repeater. Eine Pistole. Ja, brauche ich nicht, oder? Da steht doch immer Waffenvergleich hier. Stimmt. Ich glaube, da steht nur Pfeil runter oder Pfeil... Ach, wie viel es? Ja, okay. Ja, nee, dann ist gut. Okay, Leute. An dem Punkt hier ist auch wieder Zeit für den Cut. Oh yeah. Also, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss sie lui. Tschüss sie effectiveness. Tschüss sie lie. Tschüss sie lie. Tschüss sieículos. Tschüss sie lie. Tschüss sie lie. innen. Das Wie sie lie.